Hallo und herzlich willkommen zu So geht. Und ja, wir müssen reden. Wir sind in den Herbstferien und ich glaube vor zwei Tagen war es in den Medien. Einige Politiker haben eine Idee entwickelt. Und zwar sollen die Winterferien oder die Weihnachtsferien verlängert werden. Beispielsweise um 14 Tage. Klar, wegen Corona. Und dafür sollen dann diese 14 Tage, die wir dann da länger machen, den Sommerferien oder den Osterferien quasi wieder zurückgeben werden. Also die beiden Ferien sollen dann verkürzt werden. Und wenn man da so drüber nachdenkt, hört sich ja ganz vernünftig an. Und dann denkt man mal weiter und stellt sich fest, okay, wenn jetzt die Weihnachtsferien oder die Winterferien 14 Tage länger sind. Und die Schüler und Schülerinnen natürlich dann irgendwie nicht in die Schule gehen. Wo sind sie dann? Ja, zu Hause. Und wer betreut sie dann, wenn sie noch betreut werden müssen? Die Eltern. Haben die denn überhaupt noch genug Urlaub oder haben sie überhaupt die Möglichkeiten, um das machen zu können? Und dann denkt man so, hm, das ist doch nicht so einfach, mal eben die Ferien zu verlängern. Ich glaube, dass das eine ganze Menge mit sich zieht und dass es wieder zur Folge hat, dass wieder alles auf die Eltern irgendwie abgelegt wird. Und dann stellt man sich natürlich schon die Frage, warum als allererstes so eine extreme Maßnahme diskutiert wird. Und wenn nicht schon längst irgendwie mal wieder, ja, pädagogisches zu diskutieren. Also, wo sind wir denn jetzt gerade bei unserem Homeschooling, wenn das jetzt dazu käme? Verteilen nehmen wir dann wieder einfach nur Arbeitsblätter, die dann gedruckt werden müssen für viel Geld und das Geld auch wieder bei den Eltern landet? Oder wie sieht das diesmal aus? Haben wir da weitere Ideen? Naja, ich bin gespannt. Und zu dem Thema würde mich mal eure Meinung interessieren. Also, wie seht ihr das? Ferien verlängern und dafür an anderer Stelle wieder kürzen? Ja, nein? Gerne in die Kommentare. Oder eben sollten wir vielleicht erstmal andere Sachen ausprobieren. Also, ne, vielleicht die Digitalisierung, ja, voranbringen, die Lehrer da befähigen, so zu arbeiten durch Fortbildung, durch pädagogische Konzepte vielleicht. Und, ja, sollten nicht erst andere Schritte folgen. Da eure Meinung unten in die Kommentare. Und für dieses Video soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.